Hallo zusammen bei Nördfallmedizin. Ich habe wieder ein EKG-Quickie für euch mitgebracht und los geht's schon. Dieser Fall, das ist eine 93-jährige Patientin, die wird wegen Belastungsdyspnoe zu uns in die Notaufnahme gebracht und schon dem Notarzt war ein langsamer Puls aufgefallen und das EKG bestätigt die Diagnose. Wir sehen eine Herzfrequenz von ungefähr 40 und die ist regelmäßig und es sind breite QRS-Komplexe und dann suchen wir die P-Wellen und da werden wir fündig. Es gibt eindeutige P-Wellen, hier, hier, hier und da wieder und immer wenn das so ist, dann muss man mal schauen, um die P-Wellen durchzirkeln kann und das kann man in diesem Fall und dann sieht man hier dann noch mal eine P-Welle, ja, die ist hier im QRS-Komplex versteckt, die sieht man wieder, die ist hier kurz nach dem QRS-Komplex, hier ist eine und auch hier ist eine. Das heißt, wir sehen keinen regelmäßig wiederkehrenden P-Q-Abstand, sondern Vorhofaktivität, P-Wellen und QRS sind völlig voneinander unabhängig, voneinander dissoziiert. Es handelt sich also um ein AV-Block 3 mit breitem Ersatzrhythmus, damit mit Verdacht auf ventrikulärem Ersatzrhythmus passt auch die Frequenz dazu und die Blockierung ist damit höchstwahrscheinlich auch infranodal. Die Schlüsselfrage, die man sich da immer stellt bei AV-Blockierungen ist nach den häufigsten Ursachen, häufigste Ursache wäre das akute Coronasyndrom, vor allem Hinterwandinfarkte. Die nächste Ursache dann Medikamente, die eine Pratikardie verursachen, zum Beispiel Beta-Blocker Digitalis. Und das dritte ist Hyperkalämien. Zusammengefasst sind es die drei M's. M für Myokardinfarkt, M für metabolisch, also Hyperkalämie und M für Medikamente. Ja, die drei M's waren bei der Patientin unauffällig. Und wenn man sich das EKG nochmal genau anschaut, könnte man schon an eine ACS denken, weil sie hat hier ausgedehnte T-Negativierungen, die sehr, sehr tief sind und hat aber kein ZDOP gehabt, hatte auch keine ACS-Klinik. Die andere Sache, an die wir noch gedacht haben, weil diese T-Wellen so monströs tief sind, sind die Giant-Negative-T-Waves und die gibt es bei zerebralen Prozessen. Und da die Dame auch gestürzt war, haben wir per CCT eine Hirnglutung ausgeschlossen. Und wenn wir jetzt gerade bei der T-Welle sind, dann ist der QT-Zeit und auch die QTC-Zeit, Frequenz korrigiert, extrem lang. Und das ist wichtig. Das werde ich euch in den nächsten EKGs zeigen. Wie ging es weiter? Die Patientin ging dann auf die Intensivstation und hat dann einen passagieren Schrittmacher und schließlich auch einen permanenten Schrittmacher bekommen. Aber sie blieb nicht immer so stabil. Und das ist eben die Krux, die es gibt bei den Patienten mit einem AV3. Auch da weiß man nicht, wie zuverlässig der ventrikuläre Ersatzrhythmus ist. Und selbst ein asymptomatischer, im Moment nicht herzinsuffizienter Patient, kann jederzeit was Übles entwickeln. Und jetzt zeige ich euch zwei üble Sachen, die passieren können. Lange QT-Zeit, AV3 und prompt setzt eine Torsade ein, die letztendlich auch defibrilliert werden musste. Also Pratikardie getriggert, Torsade bei QT-Zeitverlängerung. Und nach der Defibrillation hatte man dann das Problem, dass man eine P-Wellen-Arcystolie hatte, ohne Ersatzrhythmus. Der Ersatzrhythmus war beleidigt, war wie gesagt nicht zuverlässig. Und da hilft natürlich nur sofortiges transkutanes Pacing. Und es wird höchste Eisenbahn dann auch für den transvenösen Schrittmacher. Und schließlich ging alles gut. Die Patientin wurde mit einem permanenten Schrittmacher in gutem Zustand entlassen. Ja, das war wieder ein EKG-Quickie zum Thema AVBlock3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten meldet euch auch mit Fragen gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.